Hallo 321, willkommen bei Honeycam Studio. Wir fangen ganz neu an, wir überschreiben den Test, den ich da mal hatte. So Mädel, bist du dich am schminken? Oh, hey, schau, wer hat entschieden, um zu zeigen. Ich glaube, die Legenden sind wahr, du existierst. Oh, ist das die Kleine von Sailor Moon? Könntest du mir einen großen Wunsch machen und erst später später kommen? Das wäre toll. Okay, schau, wenn du diese Freude möchtest, musst du auf die Direktionen hören. Wir beide wissen, dass ich dir ein solide mache, indem ich meine Mädchen zu machen werde. Ich meine, wir lassen es 100 hier. Das ist jetzt die nahe, die du jetzt an Frauen-Interaktion bekommst. Okay... Wir verschwenden keine Zeit, los, zeig, wen haben wir da. Tiffany, Nikki, Kiana... Hallo Game of my Family... ...da da da... ...da da... ...da da... ...da da... ...da da... ...da da... .. ... ... ... ... ... sich das Nerd Girl. So, okay. Schauen wir mal. Tenon Fit. Große Ruben und ne Brille Latina und nen dicken Kofferraum. Alles 1-1 Fans. Ich muss nur 1 Dollar die Stunde für die bezahlen. Oh, die sind billig. Alala. Wir nehmen mal. Wir rekrutieren mal Niki. Hopp. Oh, ich hätte nicht so schnell klicken sollen. Ich zeige euch. Okay, klicken wir mal den Mädels. Okay, hopp. Wupp. Ey. Okay, dann machen wir mal ne schnelle... Cam Show. Wupp. So. Oh, dann machen wir da mal ein schönes Filmchen. So. Mit dem ersten Filmchen 5 Dollar verdient ist doch gut. Okay, wir brauchen Fans. Abonnenten. Wir müssen bezahlen. Okay. Okay. Machen wir mal hübsche Fotos. So. So. Fünf neue Fans. Was? Each new fan we get has a preference. Everybody has their kink, their fetish. Ja. I'm sure I don't need to explain what a fetish is to a sick freak like you, but it's important to go over anyway. Okay, was also die dicke Titten und ne Brille. I'll show you what I mean. Crack open the fan section real quick. Here you can see how many fans we have broken down by fetish. Die geht hinten und ne Brille. So, gut. Fans of a particular fetish will only watch girls who can satisfy that desire. People are picky about their porn like that. So if you had a bunch of dudes who were into black chicks, that's not going to help an Asian girl at all. You get it? When you send a girl to do a photoshoot, she's only going to interest new fans who match one of her fetishes. You can always see which fetishes a girl satisfies by checking her profile. Now, I'll show you. Click her face on the studio bar. So. See? Her fetishes are listed right here. Each girl will naturally support a couple by default. Her current fan count, which is based on her fetishes, is down here. The more fan she needs, the more money she'll earn Cammy. Let's have a girl do another Cam show. Ah, shit. If you click on a building while a girl is there, it'll rush the activity so it's completed faster. Ah, okay. It's pretty useful. We'll kick off a show as normal. Drop her off at the camp studio for a hot minute. Okay. Immer aufs Gebäude klicken. Die Zeit ver- Geeeet schneller. 8 Dollar. Yeah. Achso. Let's give that a try. Collect the cash from the camp studio. So far so good. But we're not gonna make that fucking money with only one girl to show off. Yeah. There's a model agency in town that's about to be right with hoties looking to make a quick buck. If you send one of our girls in there undercover to shill our studio, I'm sure she can line up some solid prospects. It's better than you going in there and creepy- Oh. And we ain't employing shit unless we open up a new- We're gonna- Scheiße. Ich sollte nicht so schnell klicken. And I'll show you. Okay. There are a lot of aspects of business you can invest in here to expand operations, improve functions and maximize revenue. Up to 2 girls. In order to employ a second girl, we need to invest in staffing, which we just happen to be able to afford. I imagine that. I'm too important to click things, so go ahead and invest in staffing for me, will you? Alright. In the second world. Now when you recruit a new girl, drag her to this open position to employ her. And there you have it. Those are most of the basics of running a camp girl operation. Okay. Don't forget. You work for me and I expect results. I want to see him fast too. I'm not getting any younger. I'll give you 3 weeks to get as many new fans as possible. That's 28 days. Anybody can do that. The more fans the better. There are some dope ass dick trophies in it for you too. I made them myself. So remember. 21 days. The clock is ticking, so don't mess around me. I want that big money boy. I want that big money boy. Because one or two ain't gonna cut it. Now get back to work. I'll check in later to go over some other stuff with ya. Pay! Yeah, peace. Give it a shot. Oh shit. I forgot something. We're not running off slave labor here. We do have to pay these lovely ladies. I'll show you how we do Payroll. Do me a favor and open up the books real quick. The Payroll section shows a little bit of cash for what their current hourly rates are and what we owe them. If we have the cash on hand, you can process the Payroll at any time by clicking this Pay button. But be careful, because the Payroll will automatically process every night at midnight, even if we can't afford it. So I'm just saying, keep an eye on that. The last thing I need right now is you knocking us into debt. Oh, and pro tip. Don't forget to invest in inventory. Just trust me. It's not my first time around the block. Inventory. What? So, now. By the way, when you're looking at new girls to recruit, there are a couple things to keep in mind. The music note represents her talent level. The higher her talent level is, the more money she earns per fan while camping. The little bow represents her style level. The higher her style level is, the more fans she will attract with photoshoots. Okay, so here she gets more fans, and here she pays more money. But higher talent and style levels do come at a cost, and she will usually demand a higher hourly rate. So, you better be sure we can afford to take her on board before you go off hiring a total babe. If you want more details, you can hover over the music note and little bow icons. Last thing. This fan count here is how many of our existing fans would be interested in her, based on her fetishes. I'll do my best. Sure, why not? I'll do my best. First of all, I'll get a chance to earn it. It's not easy to earn it. That's all right now. Easy peasy. I'm on it. Wo do you know? And here we go. Give it a shot. And here we go. Give it a shot. Let's do it. We go. Not too easy to pay. Sure, why not? We go. It's not a little bit. So. So. Dada-dadada-dadada-da-dada. Drei Mädels. Wir wollen mehr Geld durchs Klicken bekommen. So. Dada-dadada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-d So, nochmal Geld verdienen. So, du gehst mal hier. Moment, du kannst nach hier reingehen. Investieren. Ein drittes Mädelserver... Komm, wir machen das. Investieren. Ein drittes Mädel. Gibt es noch was billiges hier? Nein. Zack, 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 zack. Endlich mit dem. Äh, da, da. Asiatin... Lache Brust. Asiatin Dick Milf Tattoos. Never sometimes... sometimes... never sometimes frequency... Hm... hm 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 hm. Tch, ist schon... Unbeleibte Asiatin, warum nicht? So, ähm, Girls, check. Yo, sick of my face yet? Too bad. Listen, now that we have a few girls, it's time to think about training. Okay. Being naked on the internet isn't as easy as it sounds. You gotta put some effort into that shit. If you drop a girl off here at the strip club, she can dance to earn talent points. And if you bring a girl over here to the fashion boutique, she'll earn style points by shopping. When you collect the points she earns, her... Just remember... I'm getting the feeling that... Each time a girl does an activity, it stresses her out of it. The amount of stress is based on how much time the activity takes. Oh my god. If a girl becomes 100% stress, that's it. She won't do anything until she chills the fuck out. Fortunately, there's a relaxing day spa in town. You can drop a girl off here at any time and her stress will melt away. The more stressed out she is, the longer she'll spend at the spa. She'll always leave stress free though. Alright. Alright. Zack. Do. Here. And here. Mm. Talent. So. Okay. How'd I do? He's a cape. Alright then, I don't think so. Ach, scheiße, jetzt sind sie fast fertig. Nein, sind sie ja nicht. Hopp, hopp. Und wir sind in Geld. Du wohnst mich gerade jetzt. Du wohnst mich gerade mit dem Geldverbrauch? Wir müssen bald einiges ernstes Geld machen, oder wir werden aus dem Geschäft sein. Ja, ist gut. Schimpf doch nicht mit uns. So. Das war gut. Und fertig. Hier geht nichts. Ich bin fertig mit dem. Natürlich, warum nicht? Hopp, 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 hopp. Dann müssen wir mal anfangen Geld zu verdienen. Ich bin fertig mit dem Geldverbrauch. Ich bin fertig mit dem Geldverbrauch. Ich bin fertig. Tuck, tuck, tuck. Wir werden so fette Minus. Und ich bin fertig, ich denke. Ich bin fertig. 33, 10, auf... 30, komm... ции gefunden. 39, 12. Du hast es geschafft. Oh, sie ist sehr gestresst. Ja, sicher. Warum nicht? Und fertig. Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich bin glücklich. So. Investieren... Okay, gut. Jetzt, dass du etwas in das Inventory investiert hast, lass mich erklären, wie die Accessoires funktionieren. Gut, kriegen wir ein paar Spielzeuge dazu. Das ist die Adults Shop. Wenn du eine Mädchen hier hervorrufst, kannst du ein neues Accessoire holen. Die Adults Shop hat all kinds of messed up Scheiße. Sextoys, Drugs und etwas weirr-ass-random-ass-Stuff. Okay, richtig tolle Sachen. Wenn du ein neues Accessoire bekommst, wird es hier chillen. Das ist unsere Accessoire-Storage-Area. Okay. Von hier, du kannst du ein Accessoire auf jeden Fall an der heutigen Mädchen in der Studio Bar. Du kannst du welchen Accessoires die Mädchen hat, wenn du sie auf jeden Fall schauen kannst. Accessories machen verschiedene Dinge. Each eine hat einen unikeren Effekt. Und sie können extrem wichtig sein. Hm 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 hm. Und dann kriegst du noch ein bisschen was. Dann kriegst du noch was mit mir machen. So hopp. Das war Spaß, ja ja. Hier geht nichts. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Kannst du das? Ich bin bereit. Ich wollte, ja. Ich wollte dich beschleunigen. Hier geht nichts. Oh, du fängst doch jetzt Geld mit. Ich bin fertig. Okay, dann. So, wie kann ich das tun? Alles klar, dann. Das war gut. Hier ist nichts. Ähm, Moment. Geld machen, los. Oh, ich könnte investieren. Drei Cash mit jedem Klick. Ähm, drei Mädels in ein Gebäude. So, wir müssen die Qualität erhöhen. Was gibt's hier für Spielsachen? Schokoladen-Torte. Cake-Farting, fehlt dich. In die Torte furzen? Torte ausfutzen? Also ja... Ok, welchen Magazin? Lagerpillar... 1, 2, 3, 5... Hmm. Biggie-Bank. Ah komm, Analplug. So, ähm, noch eins. Vibrator. Skirting fertig. Na gut, so ein bisschen spritzen kann ich ja schon. So, ähm, wo war das? Hier. Mädels. Äh, was warst du? Warst ne Latina? Äh, hi. Okay. Wird sagen, die Latina kriegt einen Analplug. Und sie darf spritzen. So, jup jup jup. Wir bauen noch ein paar Fenster. Jup. Hier geht nichts. Ich bin fertig. Ich bin glücklich zu. Jup. 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 Komm, der ist ein Baumathen? So, Moment, investieren. Ähm, so, wir machen erstmal ne kleine Pause. 3 2 1. Tschüss mad. windsurfing soft 등ig.